Blumenteppiche im Pizzakarton. Was ich zunächst seltsam anhören mag, ist die kreative Idee der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Bad Urach. Aufgrund von Corona muss die Gemeinde nämlich auf eine Prozession und die traditionellen Blumenteppiche zu von Leichnam verzichten. Damit der Feiertag aber nicht ganz blumenlos bleibt, hat die Kirchengemeinde zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen. Die Gläubigen konnten kleine Blumenteppiche in Pizzakartons basteln und diese zum Gottesdienst mitbringen. Diese sollen aneinandergereiht einen großen Blumenteppich als Mosaik darstellen, der die Vielfalt der Gemeinde widerspiegeln soll.